Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch wir legen los soll ich sagen ich sehe wie absolut viel mehr in meinen Haaren aber das ist egal das ist mein neuer Style letztes Mal sind wir ja schon lange gelaufen ich glaube nicht aber wir laufen hier jetzt mal lang da ist ein Auto da da ist doch kein Auto okay ähm hä? Bullit? wo ist Bullit? Alter hier, warte mal ah du hast was wieso steht da kein Name, sonst steht da auch immer ein Name guck mal Bullit jetzt rennt er schon wieder weg ich glaube er ist ein bisschen verwirrt scheinbar können wir ja nicht hier runter was ist denn mit Bullit los? ach so hier du okay was ist denn mit Bullit los? was hat er denn gerade für einen Anfall oder so? äh ganz komisch hier wir schleichen mal unten durch so schön sneaky wait is that a railroad track? we'll see where it leads camp A wo müssen wir hin? aber eigentlich ja in diese Richtung oder? ähm ich glaube nicht dass es schlau ist hier durch zu gehen als zu sagen komm Bullit ich einen anderen Weg du weißt ich glaube ich besser ne wir müssen schon aber wirklich dort durch okay? oder hier war jetzt ne ich sehe auch nichts gar nichts ey ja was denn schon wieder Bullit ja was denn schon wieder Bullit show me the way bitte jetzt läuft er nach da hinten ich verstehe es nicht ich glaube wir müssen doch nach da hinten wir laufen einfach mal nach da hinten warte mal wir haben einen Fang warte mal wir haben einen Fang ja wir haben wirklich einen Fang warte mal ah ne wir haben können neue Messages oder so lohnen schon wieder ja sind das so Hunde Dings äh Chips oder wo? also nicht Chips zum Essen sondern Chips die man halt ein Dingsel bekommt jetzt haben wir aber wirklich eine Message bekommen mach scheiße warte mal wir wollen ihm Voice Message ja wo vielleicht hier hey Jess hey hey you feeling better yeah i think so it's just um what what is it Jess i uh there is something really messed up going on in these woods okay if you're try to scare me it's working i'm sorry i I can't explain it now i I wouldn't even know where to start Nur, hör mal, wenn irgendwas passiert, ich will, dass du... Hey, stopp' es, Ellis. Du hast nicht das gemacht. Du gehst in den Wald, du ignorierst meine Begriffe, und jetzt du mir diesen End-of-the-Welt-Speech? Das ist nicht fair. Ich... Ja, du bist right. Ellis, ich weiß nicht, was du dich in den Kopf hast, aber du kannst einfach nach Hause kommen. Lass es alles hinterher. Das ist nicht die erste Mal, oder? Das ist genau warum ich nicht. Sorry, Jess, ich muss gehen. Kann ich dich später nennen? Ich kann immer versuchen. Okay, okay, Bullet. Genau, gehen wir uns weiter. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, kann das sein? Alles klar. Ah nee, ist eine andere Brücke. Wurde bringen wir? Cool gewesen. Vielleicht nicht, ob es schlau ist. Ich weiß nicht, wie stabil das Tier ist. Was? Eigentlich könnten wir auch schon seit langem wieder die Taschenlamme benutzen. Boah, bin ich los zu benutzen. Und da vorne ist Licht. Okay, mittlich. Ab, pull it up. Key forward. Backward. Ja, das ist ja nichts, das schaffen wir. Ah, wir werden vielleicht noch starten. Ne, jetzt haben wir ausgeschaltet. Ist es sonst noch irgendwas drücken? Power Switch. Aber jetzt haben wir noch Power, jetzt soll ja noch das gehen. Es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Und hier ist der, ach so, die Handbremse. Perfekt, Alter, perfekt. Die kleben auch hier mittlerweile so zusammen, ich weiß nicht wieso. Nein, wir können ja, glaube ich, Fullspeed einfach durchraschen. Da wird nichts passieren. Obwohl das hier. Ich sagte, wir haben den vergessen. Wäre nicht so geil, wäre nicht so geil. Oh. Eieiei. Scheiße, warte mal. Können wir hier jetzt durch? Ups, haben wir jetzt nicht gedacht. Okay, ne, scheinbar nicht. Dann gehen wir rückwärts. Oha, warte mal, dort ist irgendwas. Ging kurz rückwärts, dass wir hier gleich weiterfahren können. Ah, wir sind wahrscheinlich die gleichen Stellen. Okay, irgendwer bis hier, ja, ja, ja. Stopp. Also, ich sollte wieder so Gas gegeben. Perfekte Fahrer, ungefähr in die Mitte. Und raus da. Äh, kann ich den umheben? Komm mal. Ah, jetzt, okay. Nice. Können die vorne mal ja auch noch irgendwas? Was ist das hier überhaupt? Das fühlt sich sehr, sehr creepy. Nee, da ist auch noch so ein Bild. Ja, muss nicht creepy. Pull it. Ach nee, ein Tape schon wieder. Aber wenn, jetzt können wir den Baumstamm hochheben. Boah. Entschuldigung, Leute. Warte mal kurz. Wenn wir doch jetzt weggehen, müsste das nicht Rauchfeuer sein? Warte mal kurz. Wenn wir doch jetzt weggehen, müsste das nicht Rauchfeuer sein? Nee. Ich werde das nicht aufbauen. Wir müssen es etwas aufbauen. Komm schon, buddy. Gott, ich bin so sorry. Locked. Ich habe das Mikrofon nicht angehabt. Oh Gott. Nee, gar nicht. Oh, stimmt. Gott. Okay. Das war's schon mal. Du? Das ist sehr, sehr weird. Hier sind Nodes. So. Ja, funktioniert das jetzt vielleicht irgendwie? Vielleicht müssen wir jetzt erstmal da hinten hin. Wieso nicht? Wie es hier hinten weitergeht in Camp B. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ähm, ja. Das war's mit dieser Folge Blair Witch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. Scherz? Wie es hier? Wie es hier? Wie es hier? Das war's. Wie es hier raus. Wie es hier draußen ist. Ich habe zu sprechen. Ich habe es hier. Wie es hier. Wie es hier draußen ist. Ich habe es hier. Untertitelung des ZDF, 2020